Simulator Sonntag. Es geht weiter mit dem Gym Simulator. Ich habe kurz den Namen vergessen. Fortsetzen. Ich habe glaube ich, doch so. So, wo waren wir? Wo ist mein Hund? Wo ist mein... Ich habe ihn gestern hier draußen gelassen, weil es nicht anders ging. Wird schon irgendwo sein. Irgendwo bält er bestimmt. Öffnen. Ich habe immer noch Wunderfutter. Hm. Ja, von alleine. Ich brauche Level 4. Okay, ist immer noch gut. Wir machen direkt mal Werbung. Vielleicht sehen wir unterwegs hier den Hund. Pupsi. Oh, hier ist noch eine Werbung. Pupsi. Ist die irgendwo? Hm. Ich weiß nicht, wo Pupsi ist. Okay, Mitarbeiter kommt. Und? Geht's mir hier? Ja. Diese Psyche-Augen-Tatte. ihr seid verwandt wo ist mein hund habt ihr alle im gleichen geschäft gekauft was ist hier los, was ist mein hund upsie, 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 sag mal kannst mir auch nicht so ein schrecken anja du könntest auch mal essen hier ich habe dir extra essen gekauft ja, der ist so süß hier ja, hier, upsie, essen und trinken aha gut, so, was trinken na guten tag der herr standard ganz schön hoch standard kein problem oh, jetzt geht es aber los hier standard ja ja auch standard ich habe ich brauche mehr yoga matten ja, upsie, lauf mal kurz na, upsie, mach nur keinen dreck, sonst gibt es Ärger vom Reiniger ja, doch, wir können bis dahin gehen hier können wir bestimmt bis hier gehen guck mal guck mal upsie, hier ist auch Wasser, ne hast du es gesehen gut muss ich dich da wirklich jetzt hinführen ja, fein Sie sehen doch schon so fit aus hier. Jetzt sind wir rein. Aber Sie sind doch kein Kunde, ne? Hab ich doch richtig erkannt. Standard. Travis Fischer möchte Standard. Oh nein. Geht das schon wieder los? Ich brauche Level 4 für einen Mitarbeiter. Hier. Und wir duschen. Hier, du stinkst. Sehr schön. Ein Proteinshaker, oder? Hier hast du... Das ist ein bisschen aus dem Durchfall, ne? Hier gibt es Rabatt drauf. Das ist von gestern. Huf sie. Du hast kein kochbares Essen. Das ist doch da. Wo steh ich denn? Oh. Bin ich gerade irgendjemand gestunken? Was reiniggewinkelt? Genau. Werbung ist noch dünn, ne? Upsi, lass die Leute doch mal rein. Stunnen. Stunnen. Warum denn nicht wie Alp? Na, ich schlage den Reis. Bitteschön. Hey. Oh, hallo. Ich war kurz abgelenkt. Du hast Spaß, ne? Ja. Kannst du mal hier kommen? Und du. Hier kannst du mal bleiben. Nee? Brauchen wir mehr Yoga-Matten? Wann kriegen wir eigentlich die Erfahrungspunkte? Frohe Hunde? Oh Gott, hat er auch. Nein, nicht frohe Hunde. Frohe Zeit? Na. Guck die Bahn dann. Ich brauche noch ein paar Racken. Ich glaube, ich habe zu viel nicht. Meinst du es mehr? Ja. Standard ein paar Hypernelzen. Weg. Oh, Entschuldigung. Ich wollte sie nicht kaputt machen. Die ist sauer. Wer war das? Was ist hier los? Hä? Ja, ist der Schuft. Weg mit dir. Hier, dafür geht er aufs Haus. Ähm, was wollte ich? Achso. Okay. Was sieht denn das Spektakel eigentlich von draußen aus? Ja, ist doch nicht schlecht. Ist eine Yoga-Wiese. Jeder kann da rumtunen, wie er will. Also, auf jeden Fall noch drei. Hier vorne kann ich bestimmt nichts setzen, ne? Warte mal. Schade. Warte mal. Da war noch gerade ganz kurz ein Fitzelchen grün. Ich habe es doch genau gesehen. Ja. 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 Niedrige Klasse, Angela. Du hier aber nicht überzeugt bist, ne? Faltes Hühnchen mit galtem Reis. Kein Problem. Durchfall-Protein-Shake. Bitte schön. Oh, 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 oh. Ja. Ja und? Ja, dann ist noch da. Sehr schön. Das ist doch frei. Vielleicht noch ein bisschen Deko. Ach, der Knopf. Dekoration. Ach, guck mal. Wisst ihr was? Wir machen jetzt hier super geiles Yoga. Ich hoffe, wenn ihr alle in die andere Richtung guckt, hier. Äh, so, ne? Boah. Guck mal. Das war kein geiles Yoga-Studio, das hier. Bäh. Schlimmer, wo du bist im Fitnessstudio und die Besitzer laufen auf dich zu und spüren nicht mit Deo ein. Ich kann nie wiederkommen. Standard. Ich fühle mich schon direkt geproduktiver, obwohl ich selber Patchboard gemacht habe. Aber ich konnte auch nicht. Ich bin geimpft worden. Duft nicht. Aber ich habe wieder ein bisschen damit abgefahren. Aber nur ein bisschen. Habe ich etwa keinen. Ich habe kein Lünchen mehr. Jetzt mehr. Stinkt schon wieder einer. Und was? Gehst du hier raus? Ich weiß ja wohl nicht mehr alle. Upsi, du passt auf. Ich muss Hühnchen mit Reis kaufen. Wo waren wir so? Okay. Ja. Lauf mal heulen weg. Hauptsache, der Laden, wo du wirklich rein kannst, der hat gar keinen Namen. Alles, alles meins. Alles mein Hähnchen mit Reis. Was ist das eigentlich? Proteinschrott. Pumpedipt. Malke, Pulver. Protein, Milch. Komm, machen wir das mal. Wenn wir schon getränken. Kann man das auch verkaufen bei uns? Cappuccino. Aber. Oh, Entschuldigung. Ich hoffe, Sie haben nicht lange gewartet. Standard. Ja, Standard. Erdenk. Oh. Guten Tag. Sie sind neu hier. Standard. Nein. Niedrig-Klasse. Na gut, Amy. Wo du so wieder aussiehst, solltest du vielleicht öfter kommen. Viktoria. Niedrig-Klasse. Ja. Da muss man da dann verwandt, ne? Was mit Ihnen? Standard. Nein. Wird wiederum gestinkert. Einmal Durchfall. Bitte. Schiebe füllen. Ah, okay. Auffüllen. Nimm. Ah. Kann ich den bitte wieder? Mist. Zählst. Okay. Oh, langsam läuft es aber mit dem Geld. Vitaminbar. Wo ist das, was ich vorhin gekauft habe? Wann geht das hier nochmal? Bande, bitte. Oh. Hallo. Ach, jetzt wollte ich gerade zugucken. Ja, wie machen wir denn weiter? Bleiben wir bei diesen Yoga-Matten und so, jetzt ziehen wir die. Upsi, was meinst du? Hm? Oh. Oh, guten Tag. Niedrig-Klasse. Okay. Bitte schön. Da kriegst du ja aber keinen Drink. Bitte schön, Möden. Da hat jemand gestunken. So läuft es mir jetzt nicht da draußen. Was macht denn das für einen Eindruck? Noch eben. Da war auch eine Frau, die gestorrt. Wählt der Hund random oder hat das irgendwas zu sagen? Äh. Ähm. Ähm. Ich halte das Hühnchen mit galtem Reis. So, ich war getrinkt. Ein Problem. So, kommen wir einmal. Auf alle lassen. Das ist mir jetzt ein Problem. Oh, jo, jo. Das läuft ja, war. Ähm. Was haben wir denn noch? Ähm. Haben wir auch eine erweiterte Yoga-Matte? Nein, haben wir nicht. Ich schaue mal, was ich mit den Yoga-Matten noch so machen kann. Alles noch gut hier? Oh. Ja, kannst du? Ja, okay, es geht. Okay, jemand, der mit Grün... ...hier rumschwebt. Okay. War doch noch jemand da? Oh, neuer Tickel freigeschaltet. Umkleideraum, Duschkabine. Ja. Aber erst mal hier... ...geschlagenes Hühnchen mit Reis. Geschlagenes Hühnchen mit Reis. Oh, es wird langsam hier, aber... ...ist stressig. Was? Wer hat dich verärgert? Es ist gar da. Warum ist sie verärgert? Oder weil jemand stimmt? Also auch so engen Raum, ne? Ich bitte seh. Ja, mal ein bisschen besser auf Hygiene zu achten. Ach, Mensch. Ich muss doch jetzt mal jemand einstellen. Oh, guten Tag. Einmal Grunde. Standard. Wie? Äh. Lorenz Smith. Guten Tag. Äh. M, M, M. Was wollte ich? Ich wollte Personal einstellen. Ich könnte auch einen schnelleren Reiniger einstellen. Weißt du was? Du siehst ein bisschen... Warte ein wenig, um wieder einzustellen. Ja, ja. Mechaniker brauche ich. Eine Barmitarbeiterin. Sie kommt und Sicherheitspersonen machen wir auch. Was wollt ihr? Durchfall? Okay. Und duschen. Passt du jetzt auf, dass er hier mehr belästet wird? Hauptsache, junger Mann reinigt auf 1, etwas älterer Mann auf 2 und die junge Frau auf 4. Naja, gut. Äh, duschen. Eins, zwei, drei, vier. Naja, wo packen wir den jetzt hin, dass man euch nicht so gesehen kann, aber... Hier neben... So egal, oder da hin. Äh, mit Security wird schon nichts passieren, ne? Da kommen um die Leidekabinen hin, eigentlich. Ach komm, damit ja auch jeder mal ein bisschen was zu gucken hat. Mal bei den Männern genauso. Das Fitnessstudio schließt, was? Jetzt schon? Ich bin doch noch gar nicht so weit. Ist er einfach gegangen und hat nicht zu Ende sauber gemacht? Schmutzlevel? Was mit Schmutzlevel? Alles muss man da machen, ne? Schon mal für morgen. Kann ich das? Stay healthy, Chicken and Drugs. 28.000, wir haben duschen. Upsi, du kannst... Du musst jetzt nicht mehr Sitz machen. Du kannst wieder frei rumlaufen. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Alles gut. Soeffizien haben wir eigentlich. Upsi, sehr schön. Und... ... Upsi, wieso ist dieser Hund eigentlich dauernd weg? Ja, dann bleib halt hier, falls du da bist. Das Pups ist schon vorgegangen. Dann kann ich jetzt auch mal die Wohnung in der Nähe rauchen. Die war jetzt nicht so teuer. Da bist du ja. Ja, so ist ja mal fein. Das ist ja eigentlich noch so. Kann ich ihn mögen? Nein. Mit Pupsi beginnt. Dem Meter. Reversed. Hot drinks, good food. Hot drinks, okay. Open. Kann man da rein? Schau. Ja. Bin dabei. Einmal Werbung machen, bitte. Und noch mal Werbung machen, bitte. Das hat mir dann fast die Kontaktlinse aus dem Auge gepischt. Nur fast. Glaube ich zumindest. Das ist es. Upsi. Essen. Hallo. Upsi. Essen. Trinken. Hier. Bitte. Hör das so. Sag mal, du sollst hier essen, hab ich gesagt. Hier. Gut. Du sollst hier essen, hab ich gesagt. noch mal. Schau. Bis zum nächsten Mal. Ah, achtmalig, was ist denn hier los? Oh mein Gott, hallo. Äh, VIP, ja, okay. Ist Pups hier im Weg? Oh, Standard. Niedrig, weg mit dir. VIP, willkommen, Sir. Oh, du siehst ja motiviert aus. Wie sie alle springen. Können die kaputt gehen? Sollte ich vielleicht nochmal ein paar Umkleiden holen oder ein paar mehr Schränke? Wo ist meine Barfrau? Warum hängen die Leute da drin? Hallo, Barfrau? Oh, Upsi, kommen wir mal mit hier. Vielleicht kannst du sie auseinander bringen. What is your problem here? Nichts an meinen Yogamatten? Werdet ihr so bedient? Ihr werdet so bedient, okay. Also, guck mal. Du hast jetzt alles voll. Oh. Hallo, ich hab doch duschen. Will ich euch nicht mal anmachen? Ich hab extra Fernseher. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. What? Oh. Fein, hast du aufgepasst. Okay, das ist noch ein Schatten. Ich bin mir sehr unsicher. Muss ich ja das nochmal wegmachen? Das ist die? Echt? Diese eine Matte war es jetzt? Warum kannst du nicht an deinen Arbeitsplatz? Ich an den Arbeitsplatz. Hund? Ja. Hundi, komm mit. Also. Hier. Hier. Hund. Hund. Bitte. Bitte. Ihr Hund. Rein. Guten Tag. Und. VIP. Miss Smith. Okay, ihr kommt da immer noch nicht klar. Es ist diese Matte. Wieso kommst du denn nicht hier an deinen Arbeitsplatz? Wieso kommst du denn nicht hier an deinen Arbeitsplatz? Komm doch hier auch rein. Ich seen your problem. Ähm. Na ja, war ja auch fast schneller hier. Sie macht Hühnchen mit Reis. Sie macht Hühnchen mit Reis. Aber kriegt er das auch? Aber komm nicht weg. Alter, warum steht sie denn da? Ich mach das selber. Warte ein wenig, um wieder einzustellen. Sarah kann den Kühlschrank zu machen, aber nicht richtig bekommen. Wo ist er hin? Die sappiert. Was ist denn hier los mit euch? Wohin verschwindet ihr denn bitte? Was? Was? Was ist die? Was ist die? Was? Hallo. Standard. Elsa. Willkommen. Okay. Ihr steht immer noch hier. Aber warum? Wie? ist es leicht wo geht die Reise hin ok hier wird die Polonaise gemacht du bist ja hangert so oh er steht wieder davor oh mein Gott er steht wieder davor hier äh nee sind die schon gefüllt ok ich kann sie auch schon mal vorfüllen das ist ja interessant Vorbereitung ist alles ok also nur bis dahin da ist ja eine 5 ob ich wieder irgendwas kriege kann ich ja jetzt mal gucken ob ich wieder mit der Mitarbeiterin einsteigen kann b.i.p. liebnis wans herzlichen willkommen wo ist mein Reiniger der muss auch außen rumlaufen ja geh mal hinterher nee 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 ach so du hast schon eine gekriegt ok 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 stelle zurück zum ach stelle Stannert. Oh, guten Tag. VIP, Mr. Young. VIP, Jeremy Luda. Ja. Ist aber schnell hier. Ja, dann. Ich stehe da gleich in. 39.000 Entschuldigung, wir haben Duschen hier, ne? Das muss nicht sein. Also wirklich. Ausrüstung. Neues Dach freigeschaltet. Du kannst es im Gym-Upgrade-Menü umkriegt oder kaufen. Ja, das finde ich aber echt nicht hübsch. Aber vielleicht andere. Entschuldigung. Andere Dinger hier. Schwimmert ging jetzt noch nicht, ne? Lippe 10. Lippe 10. Ne? Wie geht das? Lippe 6. Lippe 6. Was ist denn hier los? Vorderseite. Kann ich die auswählen? Nein. Oh. Was ist denn hier los? VIP. Die irgendwann weggehen, wenn man die nicht annimmt. Was ist das in der Musik? Das ist geklopft. Was ist denn hier los? Hund. Die wollten alle zu mir und du hast sie aufgehalten. Was soll denn das? Jetzt guck dir das mal an. Also. VIP. Ding, 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 ding. Tling, ding, ding, ding. Ich dachte gerade, der hat keinen Kopf. Ja. Ja. Du. Alle Arten aufhalten. Ne? Kommst du nicht raus? Oh. Okay. Du willst hier rein? Ah. Mein Zubi-Zubi-Yoga-Studio. Oh. VIP. Maxwell. Ich will aber eigentlich noch ein paar Joga-Matten kaufen. Ja. Geh mal schnell hin. Hinten durch die Wand gefetzt, oder was? Geht leider nicht. Ja. 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 Die Wand. Die Wand. Geht leider nicht. Ich weiß ja noch nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ach du, das ist echt halblos. Dekoration, was ist das? Ach so, Lautsprecher. Ach du, das ist echt halblos. 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 Chau. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR So nicht, mein Freund. Der Tag ist bald schon wieder um. Die Folge auch. Mein Gott, so schnell geht das. Hm. Und der kriegt man noch ein Stück noch hin. Brauchen nämlich noch ein paar Yogamatten. Wir hätten das doch Yogabahnsinn nennen können. Oh, jetzt noch jemand hier? Standard, bitte schön. Halt, ich will wissen, ob ich sie hier platzieren kann, während du weg bist. Oh, komm schon mal. Ciao. Das ist schon wieder nicht ganz so gut. Na, kann man das nicht irgendwie... So, die Austricksen. Und die Austricksen. Äh, oh. Dass es natürlich doof ist. Kann auch jemand hier auf meinem Patzen, Yoga machen. 49.000. Oh. Das hat auch nicht mehr. Also, ich wollte ja noch ein paar Unkleid-Kabinen. Locker. Ähm, okay. Hallo. Ah. Oh, äh, äh, äh. Lass mich nicht stören. Ja, du stinkst jetzt mal. Du gibst ja auch ein Duschen da, ne? So. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 1. Ihr kommt mal kurz ohne mich klar, ne? Ist ja auch gleich der Tag vorbei. Mann, Mann, Mann. So. Ist hier nicht die... Ah, ne, ich vertue mich da rund. Männlein und Weiblein. Das kommt mal kurz. Der Adam. Das kommt. Der Adam. Ja, ma. Der Adam. Der Adam. Der Adam. Er ist ja auch gleich der Adam. zwei stück aber den habe ich ja auch ist mir ja noch nicht mal aufgefallen ja 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 das gerät hier rein von hier aus eigentlich auch kaufen gar nichts gespricht aber egal noch mal eben eine eine yoga dingens Ne, warum geht das nicht? Das hat gerade Es hat gerade grün geleuchtet Ich hab's gesehen Ja, habt ihr's gesehen? Ha! Ich hab's doch gewusst Wie das funktionieren soll, weiß ich auch nicht Wahrscheinlich macht das alles kaputt Jetzt hier mal Ne, okay Ja, wir gehen ja gleich Bist du denn? So Komm Kann ich das noch kaufen? Was ist das? Was ist das hier? Das ist von vorne, ne? Komm, wir machen Upsi Ja Upsi Gut Wartet draußen Guten Morgen Einen Schluck Kaffee So Upsi Ah Dann Pupsi Wir kaufen jetzt ein neues Haus Ich glaub, das ging schon Unterwegs kaufen wir noch mal kurz Ein bisschen Gnünchen mit Reis Ein Mitarbeiter hier Achso Ist ja gar nicht meins Das ist meins Ja Ich scheine wohl Sehr viel gekauft zu haben Das passt jetzt aber gerade Die Musik Die wird's auf einmal dunkler Wo war denn das? Hier, ne? Vorderliches Level 2 Wohnung kaufen Boah Guck mal Das ist schon viel schöner Aber auch hier Darf Pupsi nicht mit Kannst du nicht schlafen? Naja Bringst du mal ein Bett Und gerne Matratze Jetzt muss ich nur dran denken Dass ich jetzt da wohne Ja Upsi Komm her Das Mitarbeiter kommen auch pünktlich Pupsi Wir müssen jetzt mal was essen Bitte Nein Pupsi Nein Pupsi Komm her Ist sowas jetzt Ja Nein Pupsi Komm her Ja 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 Ich kann ihn schieben Hier Trink Trink Noch ein bisschen Pupsi Noch ein bisschen Pupsi Ja 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 Wasser Ja Hier Wasser Ja Nicht ganz Ach Mensch Pupsi Oh Du hältst jetzt aber heute mal keine Leute auf Hier zum Beispiel Die ich jetzt vergesse Ja Ja Standard Hallo Wie ein Penis Ja 5 habe ich Bald Level 6 Warum stinkt der denn da Ich hab doch Duschen Okay Ich weiß nicht Wie das geht Und Das okay ist Dass du in der Männerumkleider An der Wand bist Aber Okay Es sind aber keine Sportkramotten hier Ne Habe ich noch Nein Noch nicht Ich weiß Ich weiß nicht Wie viel Ich weiß nicht Wie viele noch Funktionieren Aber Ich weiß nicht Ich weiß nicht Es ist Ich weiß nicht Ich weiß nicht Kann ich noch Ja Es grüurf Es ist Wie hab ich das denn vorhin hingekriegt? Wen hat er da unsichtbar geschlagen? Der Pi, hallo Amy! Ist das Pili vorher nur das Mini-Hit haben wollte? Auf Wiedersehen! komm schon hier muss es doch noch mehr ich habe hier eben was gesehen kann ich mal studio outsourcen ist nicht gerade cool ja 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 Hm, okay. Oh. Meine Ideen sind so kreativ, dass die sich umgesprochen haben. Und Stange. Kein Problem. Jetzt gibt es jetzt auch Outdoor-Sport. Ist das was? Okay. Mal gucken, wann da jemand Sport macht. Oder wann ich das Spiel damit verpfiffen habe. Ja. 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 Also das würde ich doch mal motiviert. Ach, ich brauche das 7 erst mal. Ich hoffe, wenn man keinen Platz mehr hatte, dann schafft man sich einfach welchen. Ich habe es grün blitzen sehen. Die Kundschaft. Kann ich das von ihr erkennen? Kann ich das von ihr erkennen? Kann ich das nicht erkennen? Ja. Ja, gut. Äh. Äh. Upsi. Bitte. Komm von der Straße runter. So. So nicht, ne? Also. Upsi. Das sieht so ein bisschen zweigeteilt aus. Oh. Hier hat mal jemand auf die Straße gestopft. Oh. So schnell geht das hier mal wieder. Standard. Niedrige Klasse. Äh. 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 41.000. Boah, stinken die denn alle hier? Sind wir nicht? Gehen die Duschen gleich kaputt? Können Duschen kaputt gehen? Ne. Was stinkt denn da drin? Sieh. 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 Oh. Sieh. Und da es so gut läuft, habe ich noch mal Yoga-Matte. Oh, hallo? Standard? Kann ich irgendwo sehen, wie viel ich insgesamt habe? Mitgliederliste. 45, schätze Tagesverdienst 6.055. Hallo, wie ein Team. Das ist so nützlich. Koppelei, wenn man trage, oh, dann sind die erst mal weg. Hier haben die gar nicht so viele Tage am Stück. Ich frage dich, was jeder macht. Hier funktioniert noch alles, ja? Hier kriegt man das Spiel. Spiel kaputt, Teil 1. Da war auch immer noch was. Ach, oh. Ja, also. Na, komm, ich habe es gesehen. Das möchte ich sehen, wie da oben jemand Fitness macht. Ups. Gut, Tag. Standard. Hallo, in der niedrigen Klasse. Den nächsten niedrigen Klasse verkaufe ich einfach an VIP, den man ausgibt. Ja, was macht ihr da? Gar nicht mehr viel bis Level 7. Ich bin. Ja. Hi. Ich will wissen, ob hier oben auch einer was macht. Ja. Upsi, kann ich so ein Ding auf dich setzen? Oh, ich kann dich damit schieben. Oh, ich kann dich damit schieben. Okay, ich hab's gewusst. Und da haben wir direkt zwei Fliegen mit einer Klappe. Da oben wird vorgemacht, was man da bekommt. Standard. 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 Bitteschön. Ich hab ein Kühlchen mit Reis in meiner Tasche. Ich will, dass da oben einer Sport macht. Doch hier auch schon funktioniert. Und da funktioniert's auch. Ja, nicht mehr lange. Da kommt sie. Gut Tag, gut Tag. VIP. Natürlich. Ja. 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 Warte mal, Moment, wenn wir es gut hören. Fitnessstudio-Qualität bis 0,2. Wie geht das da drinnen, wie geht das da raus? Hast du das jetzt so drinnen gestrichen? Ja, passt. Das ist doch gerade aus, als hätte er geblieben. Ich streiche, während die Leute hier Sport machen müssen. Gar nicht unangenehm, so Farbgeruch, Schweiß und so. Das wirkt jetzt überhaupt nicht klein. Verkaufsautomat, sehr schön. Unboxed oder freigeschaltet. Aha. VIP. Stimme. 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 Das ist ja okay. Stimme. Andere Seite aber vielleicht auch. Na. 60.000. 61.000. 1. Und dann das auf, eins? Es hängt. Oh, da bin ich wieder. Oh, ganz schön! Ich drücke ja auch so selten auf, äh... Speichern hier, das wäre dann nicht so gut. Oh, was bedeutet das hier? Sie hat nichts mehr. Du brauchst Wasser. Der Tag ist aber bald gelaufen und dann, boah, die überlänge Folge wird dann auch abendet. Ja, guten Tag. Was kann ich für sie tun? Nee, drin geht klasse, du kriegst jetzt VIP. Oh, ja, dann geh doch. Weißt du was? Hier, hau doch, hau doch ab. Ja. Will ich gar nicht hier haben. Was schien die Klasse? Nein, hab ich nicht mehr. Okay. Hm. Hm. Hofft immer noch keiner spart. So. Ich möchte. Ja. Bitte weiß. Das ist 1,2, ne? Weiß. 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 Das ist ja gleich hier vorne. Hm, das wurde ein bisschen heller. Ja. Okay. Okay, das ist genau dasselbe. So. Ihr geht. Alle. Dann brauchen wir extra, ne? Ein Verkaufsautomat. Plus 5. So stellt man den dann hin. Kann ich den gerne draußen hinstellen. Kann ich den gerne draußen hinstellen. die komischen Dinge die hier ab. Wer hab ich denn da war? Käsekuchen? Was ist das so eine Protein? Käsekuchen? Innenmaschine 1 Opelius Ja, müssen wir beim nächsten Mal dran denken, das aufzufüllen Wird doch so langsam Ich versuche vielleicht nochmal hier doch das zuzumachen und gucke, was die Leute dann tun Ich glaube, sie dann wieder an der Wand hängt Ja Ja, hier kann man überall Fitness machen Schade, dass ich springen kann sonst hätte ich versucht, da irgendwie drauf zu springen So, ja Pupsi, du hast recht Ich sehe, nein Würde ich nicht tun So, Pupsi, wir wohnen ja jetzt hier 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 nicht, wa? Ich kann nicht schubsen Ah Okay Das war die passende Schlafensmusik So, ihr Lieben Das war's für heute Danke fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Tschüss Und bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss Und bis zum nächsten Mal